Herzlich willkommen zurück hier in Diablo und wir sind hier unten schon in der dritten Ebene mit jede Menge Zombies und jede Menge kleinem Getier, das hier rumkreucht und fleucht. Aber ich möchte jetzt diese Ebene erstmal zu Ende machen, auch wenn unser Cleaver schon ein bisschen beschädigt ist, den wir in der letzten Folge von Butcher bekommen haben. Okay, da ist einer, ein Spezialgegner hier. Aber erstmal machen wir die Platz, bevor der Spezialgegner kommt, hoffe ich. Ah ne, der kommt gleich als nächstes. Ne, doch nicht. Halt! Nicht da reinlaufen. Ah, da kommt er. Ne, 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 nicht, dass die anderen mit angreifen dürfen, das machen wir nicht. Ich halte ihn halt nur schön im Türrahmen, der hat irgendwas fallen lassen. Mann, hört ihr mal auf, mich zu merken hier, Viecher? Nippelt ab, so. Portion of Healing nehme ich immer gerne. Was hat der jetzt fallen lassen hier? Das muss da irgendwo noch sein, da oben. Quilted Armor. Oh, da kommt noch ein Gegner. Noch ein Spezialgegner. Holy shit. Okay, haben wir ihn weg. Der kommt direkt als erstes hier rein. Okay, und er hat einen Kloak dabei. Ich muss ein paar magische Gegner geben. Alter, das hier gleich zwei magische Gegner sind. Ich hab echt lange drauf gewartet. Ich hab gedacht, wo bleiben denn die Spezialgegner, die man sonst so häufig hier findet? Also, was heißt häufig, aber jeder Ebene mindestens ein oder zwei. Und jetzt sind hier zwei in einem Raum. Das ist natürlich auch krass. Los, weiter bitte. Oh, der nächste. Wollen wir natürlich wieder in die Falle ziehen. Hat auch gut geklappt. So, jetzt haben wir aufgeräumt hier. Ja, wir haben keinen Platz mehr. Der ist doof. Was können wir wissen, was ist noch den hier? Mit dem Quilted Armor. Hat drei Armor weniger. Aber wer weiß, was der für magische Fähigkeiten hat. Den wissen wir natürlich jetzt nicht, ne? Large X. Ich weiß nicht, was mir das alles bringt hier für Werte. Na gut, dann müssen wir wohl gleich nochmal nach oben. Und die Dinge hier wiederholen. Auch den Cloak hier zum Beispiel. Anders wird das wohl nicht gehen. So, du bist auch nochmal dran. Und du auch, bitte schön. Und der hat nochmal eine Scroll of Healing. Die wir gerade eigentlich nicht brauchen. Aber ist auch egal. Alter, was für Riesenräume hier. Wer baut so eine Scheiße? Too much baggage. Wir kriegen noch nicht mal mehr einen... Dann machen wir das halt so. Tausch das gegen das. Da oben rum. Sehr schön. 37 Gold aus dem Larkophag. Nehmen wir mit. Geht hier mal auch weg. Aua. Da war ich zu langsam. Mist. Skimitar ist auch so ein kleines Schwertchen. Alter, diese Räume hier, ne? Ist doch auch nicht euer Ernst, oder? Da unten ist noch ein Schrein. Quiet-Schrein. Ach, und ein Spezial-Zombie. Na toll. Aber erstmal bist du dran. Freundchen, erstmal bist du dran. So, und das meine ich mit, von wegen... Okay, aber er ist gestorben. Book of Holy Bolt hat er dabei. Das finde ich so geil. Oh, und der Cleaver ist gleich down. Tja. Jetzt können wir mal endlich Town Portal benutzen. Weil es sich einfach mal lohnt. Allerdings... Lege ich die Sachen hier mal ab. Und dann nehmen wir dafür das Holy Bolt mit. Wir nehmen... Den Weg mache ich jetzt noch. Wir nehmen diesen magischen Cloak mit. Damit wir die ganzen Sachen sofort identifiziert haben. Und nicht ein zweites Mal runter müssen. Weil dann ist das Town Portal ja wieder weg. Das wäre ehrlich gesagt sehr ungeil. Klack. Mehr war es aber auch hier nicht. Ach, hier geht es auch noch weiter. Nein, ich will nicht. Nein, 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 nein. Alles gut, ich gehe jetzt zum Town Portal. Das ist mir doch langsam hier ein bisschen suspekt. So riesige Räume, ey. Was das für ein Bereich ist. Für ein Level ist. Unglaublich. So, habe ich hier noch was vergessen? Klar, die Sachen habe ich jetzt abgelegt. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal. Wie soll ich was aufgenommen? Ach ja, den Warhammer. Den darf ich noch versehentlich rum. Den brauchen wir aber gar nicht. Denn wir kommen ja gleich wieder hierhin zurück. Alter. Ja, identifizieren wir erstmal unseren Scheiß hier. Den Quilted Armor, den Cloak. Dann können wir die beiden Bücher verkaufen. Wir können... ...die Potions of Mana alle verkaufen. Wow, was kann ich für dich machen? So, erstmal den Butcher-Skriever hier für 138 reparieren. Das ist zwar teuer, aber auch wichtig. Hallo, mein Freund. Bleib ein bisschen und hör'n. Armor of the Mind plus 7 to Magic. Ja, das braucht man natürlich, wenn man als Kämpfer mit einem Quilted Armor rumläuft. Dann braucht man 7 auf die Magie. Ja. Und verkaufen. Der Cloak. Blue Cloak of the Sky. Also ein doppeltes, ähm, Item. Doppelt, ähm, verzaubertes Item. Lightning resist plus 13% und 1 zu allen Attributen. Das ist gut. Aber Armor 5 ist halt nicht geil. Deswegen auch der wird verkauft. Sehr schön. Wow, what can I do for you? 500 und 470 sind nicht die besten Items, aber bringen Geld. Das ist okay. Skull Cap. Leather Armor. Reparieren. So, und dann gehen wir mal zu Adria und verkaufen diesen ganzen Magiekrams, den wir nicht mehr benötigen. Äh, Adria the Witch, genau. I sense a soul in search of answers. Posten of Mana. Posten of Mana ist zwar immer nur 12, aber mein Gott, wir brauchen sie eh nicht. Town Portal. Posten of Mana. Book of Firebolt. Holybolt. Posten of Mana. Posten of Mana. Ja, das war's. Der Rest ist nur noch Heilungs- und Rejuvenation Potions. To the Potions. Potions. Hallo. Call of Healing kommt hier vorne rein. Die wollen wir gleich beim ersten Mal, wenn es geht, verbrauchen. Genau wie die hier. Brauchen wir jetzt eigentlich sogar keine neuen Healing Potions uns kaufen bei Pepin. Wir können sicherheitshalber nochmal rumgehen, ob es noch neue Questgeber gibt, aber das halte ich jetzt hier für Level 3 auch immer noch zu früh. Ich glaube, das kommt noch nicht. Aber wir können ja mal sicherheitshalber rumlaufen, wenn wir einen verpassen, wäre es auch ärgerlich. Skill. Scroll of Healing könnten wir hier reinpacken. Sehr schön. Dann brauchen wir das nicht manuell machen. Sehr gut. Tenderfell, denk in Peace. Ja, nix. Der Schmied und Kane hatten ja auch nix. Dann können wir noch kurz zu Pepin gehen. Da war aber eigentlich auch nix. Was ails you, my friend? Nix. Mich ailt momentan eben so gar nichts. Hauptsache, dass Ail fließt. Hör was, bitte? Master, I have a strange experience to relate. I know that you have a great knowledge of those monstrosities that inhabit the labyrinth. And this is something that I cannot understand for the very life of me. I was awakened during the night by a scraping sound just outside of my tavern. When I looked out from my bedroom, I saw the shapes of small demon-like creatures in the inn yard. After a short time, they ran off, but not before stealing the sign to my inn. I don't know, why the demons would steal my sign, but leave my family in peace. It's strange, no? Guten Tag! Wie kann ich dir servieren? Dann besorgen wir ihm das halt zurück von den Dämonen. Kann ja so schwer nicht sein, hört sich zumindest nicht so schwer an. Und dann machen wir das auch. So, was ist mit ihm? Hat er ein ordentliches Item im Angebot. Psst, über hier. Immer noch, Rex, auf sie, willst du mich verarschen? Psst, über hier. Was? Er sagt, ich habe das genommen? Ich glaube, Griswold ist auch auf seinem Seite. Schau, ich habe vor ein paar Jahre lang über eine einfache Wissenschaften gekauft. Du kannst nicht einen Profit auf ein Stück von Holz. Okay, also, er hat das Schild nicht geklaut, weil er ist schon lange aus dem Schilder-Klauen-Geschäft raus. Okay. Naja, was will er auch mit so einem Holzschild, hat er schon irgendwo recht. Das werden wohl wirklich Dämonen gewesen sein, wie Octon das auch erzählt hat. Okay. Achso, wir müssen jetzt zum Portal. Das ist ja hier. Das ist ja hier drüben. Ach, immer diese Laufwege hier, ey. So, Taun-Portal. Machen wir das Level jetzt auch noch fertig hier. Hier waren wir auch noch nicht drin. Noch kommt alle her. Okay, und alle können sterben. Also, Zombies sind angenehme Gegner, weil die so langsam sind und so gut ausrechenbar. Sind das echt sehr gute Gegner. Scroll of End. Off Healing nochmal. Obwohl, wir können halt, die können wir ja drin lassen, weil wir haben ja den Shortcut. Wir haben ja den Shortcut. Quiet, Schrein. Ich bin mal gespannt, was der macht. Ich kenne die, wie gesagt, alle nicht. Also, the essence of life flows from within. Oh, wir haben mehr Leben. Zwar, glaube ich, nur temporär, aber mehr Leben. Das ist gut. Ein richtig gutes Item hier. Oder guten Schrein. Und jetzt können wir hier die Large X nehmen. Das kleine Schild und den Warhammer. Denn die wollen wir ja eigentlich behalten vorerst. Falls mal der Cleaver kaputt gehen sollte und wir nicht reparieren können oder so und gerade im Kampf sind. Das ist vielleicht gar nicht so doof, den zu behalten. So, hier lag noch ein Shortcut. Das wollen wir nicht. Kisten. Oh, eine verzauberte Axt. Ich bin mal gespannt, was das nachher bringt. Und eine Scroll of Town Portal again. Aha. Da ist auch noch mal ein Ghoul. Der ist so immun gegen Magie. Jetzt ist er tot. So. Okay, hier oben haben wir also anscheinend alles fertig. Diese ganzen Extra-Gegner. Es waren jetzt drei magische Gegner hier oben. Unglaublich. Hatte ich ja schon kaum noch mitgerechnet, überhaupt noch solche Gegner zu finden. Und dann kommen drei auf einmal. Interessant. Eigentlich auch sehr fies, aber gut. Dafür waren es aber reich die Gegner von daher. Hier ist auch nur so ein kleiner Raum mit ein paar Zombies drin. Dankeschön. Das ging schnell. Also, den Bereich hätten wir auch gecleared. Dann haben wir eigentlich... Das ist hier ein Huntersbrow, der nicht springt. Okay. Da hinten waren wir auch überall. Meine Güte, eine riesige Halle auf jeden Fall hier überall. Oder riesige Hallen. Scroll of Identifier. Das ist doch mal ganz gut. Die wende ich doch mal gleich an bei dieser scheiß Axt hier, weil wir werden so schnell nicht mehr nach oben gehen. Eggs of the Mind. Plus 10 to Magic. Wieder so ein komisches Magic-Item, was ich nicht brauche. Down to Level 4. Warte mal, habe ich denn hier irgendwo etwas übersehen? Ne, das war's. Guck mal hier. Es geht nirgends viel mehr weiter, wenn ich das richtig sehe. Wir haben alles explored, was zu exploren war und können jetzt direkt nach Level 4. Wie geil. Ach, dann auf geht's. Dann gehen wir halt weiter nach Level 4. Bitteschön. Vielleicht kommt dann ja gleich auch schon dieses Tavernenschild-Ding. Mal gucken, ob wir das Quest hier irgendwo kriegen. Oder auch erst später, man weiß es nicht. Na, welche Gegner erwarten uns hier? Wahrscheinlich wieder Bogenschützen. Wahrscheinlich immer abwechselnd. Skelette kommen auch nicht mehr raus aus den Teilen hier. Wo sind die Gegner? Hä? Ist aber eigenartig, dass hier gar keine Gegner in den ersten Räumen sind. Ah, dafür hängen sie hinten alle rum. Okay, Spine-Eater. Sounds legit. Da gehen wir hin. Und erst mal direkt den Gegner getroffen. Hm, auch geil. Da ist er. Drei, vier. Viermal dann, wo da. Stoppen. Da. Hallo. Okay, er ist auch down. Boah, die brauchen teilweise drei Schläge. Was halten die denn aus? Boah, zwei Schläge. Ja gut, das ist natürlich, weil wir einen sehr unterschiedlich hohen Schaden machen bei den Gegnern. Aber gut, dass wir bei solchen Gegnern hier eine Tür haben, wo wir die durchflößen können. Dass wir die mal einzeln bekämpfen können, weil alles andere wäre richtig mies. 55 Gold, 59 Gold, 33 Gold. Wird auch nichts fallen lassen hier, ne? Blocktür. Ne. Nichts fallen lassen, der magische Gegner. Der fiese Möps. Was fällt ihm eigentlich ein? Nicht mal ein magisches Item zu spawnen hier. Stuff of Town Portal. Das ist natürlich auch recht nett eigentlich, so ein Stab. Aber, ja. Können wir eh nicht benutzen, weil wir zu doof und zu schwach sind. Wer kommt noch her? Hallo? Oh, jetzt habe ich es zweimal angewendet. Scheiße, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Dafür haben wir viermal Town Portal. Eigentlich können wir jetzt ohne Ende hier zurück zur Stadt reisen. Scroll of Infravision. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Das können wir eh nicht benutzen, glaube ich. Nochmal Infravision. Und too much baggage. Gut, aus Inferno. Das möchte ich eigentlich auch schon lieber wie den doofen Stab nutzen. Oder mitnehmen vielmehr. Ja, okay. Scroll of Healing packen wir auch nochmal hier rein. Nicht, dass wir das vergessen. So, und dann geht es hier weiter in Level 4. Was machen die denn da? Hallo? Sterbt. Das meinte ich. Ihr sollt sterben. Die haben so einen komischen Charge-Attack scheinbar. Hallo, die machen Schaden ohne Ende. Was ist denn hier los? Okay, gleich wieder Heilung. Haben wir wenigstens Scrolls-Maschung gebraucht. Und bekommen gleich wieder was für ein Fass. Sehr schön. Einmal vom Fass, bitte. Okay, und ein Skelett. Das war jetzt auch irgendwie ein bisschen Billow. Deswegen kommen die wahrscheinlich auch nicht mehr, weil die einfach zu schwach sind. Ah ne, da sind welche. Burning Dead. Ein Schlag. Tot. Gut. Alter, knapp. Warhammer. 40k, oder wie? Haha. So. Wandern wir mal weiter. Wo sind die Gegner? Da. Los, Bier. Oh, und mit. Okay. Okay. Du kleiner Sack. Oh, das wird böse. Ganz viele Gegner plus Magie plus Bogenschützen. Das ist tödlich. Kommt. Ihr Kinderlein kommt. Kommt doch alle. Jawohl. Und Level ab. Das machen wir gleich mal, während wir hier laufen. Ah, zack, zack, zack. So. Ich glaube, ich werde mal hier hingehen und das schön wieder mit der Tür regeln. Tür regelt, Junge. Tür regelt. Ja, kommt her. Worauf wartet ihr? Ich glaube, ich glaube, worauf wartet ihr eigentlich? Aber die gehen alle beim ersten Schlag kaputt. Nur ich sollte nicht so weit vorgehen, weil dann gibt es Ausmet. Oh, das ist der Gegner hier. Oh, mit zwei Schlägen haben wir den getötet. Den Spezialgegner, alles klar. Und Book of Firebolt. Jetzt können wir eigentlich schon wieder nach oben zur Town gehen. Eine Robe, die nichts bringt. Also die nicht speziell ist. Scroll of Firebolt. Ja, und jetzt sind wir voll. Interessant. Ach, hier, hallo. Du bist ja auch noch da. Bitteschön. So, auch dich hätten wir versorgt. Oh, das war eigentlich alles relativ easy hier. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt der mega schwere Bereich. Durch diese vielen Bogenschützen und so. Aber Punkt gesucht nicht. Sind hier auch mal die Viecher oder sind die untreffbar? Hallo. Bitteschön. Okay. Okay. Nun gut, dann nehmen wir erstmal Gold auf. 33, 24, 24. Ich kann nicht mal mehr Gold aufnehmen. So, bist du mich verarschen? Pack die scheiß Golds hier rein, ey. Oder eine davon. So, zack, schon. Dann fangen wir einen neuen Stack an, weil bei... Ach, Mann. Weil bei 5000 Gold immer ein Stack voll ist. Small X brauchen wir auch nicht. Was ist hier noch? Jetzt sind wir bei einem Schlag kaputt. Oh, der einzige Gegner im Raum. Super. Läuft bei euch. Shortbow brauchen wir auch nicht. Kompositbo ist zwar schön als Bogen, aber brauchen wir auch nicht. Ich muss ein paar von diesem Sachen abnehmen. Hier ist auch noch mal Gold. Okay. Ja, Leute. Kommt schon. Gib mir mehr. Feed mir mehr. Los. Zwei Leute hier. Das ist euer Ernst in so einem Goldraum? Oh Gott, ist das ärmlich, ey. Hat die Hölle kein Geld mehr oder was ist hier los? Das ist das ärmlich. Das ist doch keine Herausforderung hier. Jetzt töne ich noch groß rum und gleich kommt irgendwie so eine Stelle, wo ich gar nicht weiterkomme. Oh, es ist wie zu schwer. Es ist doch unmenschlich. Ja, stimmt. Wir sind in der Hölle. Es ist unmenschlich oder was? Bin mal sehr gespannt, wie es hier noch weitergeht. Also momentan scheint es sehr easy zu sein in dem Level, aber ich glaube, spätestens ab dem nächsten wird es wieder anders. Da können wir nirgendwo rein, nirgendwo weiter. Okay, das heißt, wir müssen hier zurück. Das ist der Leather Armor. So, den brauchen wir noch nicht. Hier können wir nach oben noch irgendwo hin. Gucken, wo es uns dahin führt. Da müssen wir auch noch in diesen komischen Raum. Small chest mit dem Gold ist auch immer schön. Wer bist du denn? Schnottspiel. Aber da kommt erstmal ein Gegner, warte ab, kurz. Mit dem kann ich schon mal reden. Na, wir gehen erstmal außen rum. Was ist denn hier? Noch mehr Gegners? Ja. Mit Charge Attack. Sehr schön. Penner. So. Aha, Bücher. Und irgendein anderer Typ, den ich noch nicht kenne. Hallo, wer bist du denn? Willst du was? Sieht aus wie der Butcher ein bisschen. Oh, der hält auch was aus. Naja, okay. Macht ordentlich Schaden. Too much baggage. Auf Firewall. Ja, wir können auch nicht alles mitnehmen momentan. Vielleicht ist gleich wieder an der Zeit, nach oben zu reisen. Zur Town Hall. Oh, da unten kommt wieder so ein Spezialfisch. Schnell den hier oben platt machen. Dass wir Ruhe haben. Oh, da ist ein Buch. Da kann man lesen. Da kann man lesen, Junge. Okay, den nennen wir auch. Das war ja easy. Das ist sowieso alles sehr, sehr easy hier momentan. Muss ich ja mal so sagen. Wenig schwere, herausforderungsartige Dinge hier. Alles very easy bis hierhin. Aber das wird sich noch ändern. Es gibt auch noch Gegnertypen, die werden uns als... Wo ist er denn jetzt hier? Was macht er da? Er flieht erst mal schwer durch den Raum. Was ist mit ihm los? So, aber jetzt ist er tot. Es wird auch später noch Gegnertypen geben. Genau wie die Bogenschützen, die auf Fernkampf ausgerichtet sind. Die werden uns so in den Arsch treten. Okay, und tausende Bogenschützen, confirmed. Wieso, und das ist halt so fies. Da kriegst du so viel Schaden bei. Weil bis du die weg hast, die laufen immer wieder weg. Und dann... So, er ist weg. Und eine Heilungspotion, das ist gut. Alter, lauf mir nicht auf den nächsten Gegnerpulg zu, ey. Mann. Fick dich. Boom, boom. Scheiße, wir mal langsam hier. Schnauze voll von euch. So. Zack. Nächste Heilungspotion weg. Und wir können endlich das Buch lesen. The Realms Beyond. All praises to Diablo. Lord of Terror and Survivor of the Dark Exile. When he awakened from his long slumber, my lord and master spoke to me of secrets that few mortals know. He told me the kingdoms of the high heavens and the pits of the burning hells engage in an eternal war. He revealed the powers that have brought this discord to the realms of man. My lord has named the battle for this world and all who exist here. The Sin War. Okay. Also, Diablo hat Spaß am Sündenkrieg. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob das von Lazarus ist hier, dieses Buch. Ob der das hier geschrieben hat, weil der spricht ja aus der ersten Person. Keine Ahnung. Ja, der Sündenkrieg. Der Lord des Terror oder des Schreckens Diablo ist der Überlebende des dunklen Exils. Ich bin gerade mal in der Diablo-Lore gar nicht so firm, oder so firm, dass ich sagen kann, was das dunkle Exil von Diablo war. Weiß nicht, wird das vielleicht in einem anderen Teil mal aufgelöst oder irgendwie in diesem Teil noch thematisiert, was das dunkle Exil für ihn mal war? Würde mich ja mal interessieren eigentlich, weil das hört sich irgendwie nach Lore und Story an. Hallo? So, jetzt ist Ruhe hier. Im Puff. Also, die kleinen Heilungsdinger reichen völlig aus. Die heilen uns fast komplett noch hoch hier. Mit unseren 130 Lebenspunkten. Ja, was ich sagen wollte, das Dark Exile sagt mir nichts in der Diablo-Lore, aber okay. Okay, auf jeden Fall hat Diablo gesagt hier, die hohen Himmel in der Welt von Sanctuario und die brennenden Höllen liefern sich einen immerwährenden Krieg. Ausgetragen hier auf dem Boden der Menschheit oder auf dem Bereich, der in der Mitte steht sozusagen, nämlich die Erde der Menschen. Und dieser Krieg wird der Sündenkrieg genannt. Gut. Also, jeder, der hier irgendwie gefallen ist als Charakter, hat irgendwie eine Sünde begangen. Der Butcher ist wahrscheinlich einfach nur ein perverser Fleischer gewesen oder so, keine Ahnung. Oder ob der ein anderer Dämon war. Der hat auf jeden Fall hier auch seinen Spaß gehabt. Ja. Und wir haben auch Spaß, indem wir die ganzen Monster abfackeln. Fackeln. So. Okay, es kommen noch mehr. Von da ist kein Ohr, das wird jetzt... Alter, aber nicht von hinten. Dieses Viech noch mal. Aber die machen doch Schaden, wenn die jetzt zum Meeren auftauchen. Ich habe auch keine Healing Scroll mehr. Alter, ich werde fast gestorben. Verpiss dich. Gut, das hält uns jetzt nicht mehr ganz hoch, aber das ist doch egal. Holy shit. Ich kann es noch nicht öffnen. Ja. Gehört das etwa zu diesem Typen, den ich noch anquatschen konnte. Den habe ich jetzt völlig vergessen. Komm mal, den machen wir noch. Den machen wir noch. Was will der von Mr. Ben, na? Und dann gehen wir hoch in die Town, glaube ich. Weil da müssen wir uns wieder Sachen reparieren lassen und so. Snotsville. Hey! Du, derjenige, der alles tölt. Du bekommst mir eine Magikbanner oder wir attacken. Du lebst nicht mit Leben. Du bekommst mich eine Magik und gibst eine Magik. Geh past Conor und die Tür, find eine Magik. Du gibst, du gehst. Vielleicht ich trotzdem angreife. So Penner. Hm? Was machst du dann? Was machst du dann? Hm? 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 Muss ich das jetzt machen? Ich will ihn angreifen. Ich will das nicht für ihn holen. Oh, stirb, 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 stirb. Mir geht nicht. Schade. Weil ich befürchte mich, dass der uns sowieso verraten wird. Ich kenne diese Viecher doch. Die sind doch alle nicht ehrlich. Ne, ich meine, ich habe auch noch eine Erinnerung an diese komische Begebenheit hier. Ich meine, dass der uns sowieso live verrät. Aber gut. Mild Spoiler ahead. So, ja, jetzt können wir wahrscheinlich auch das Ding hier öffnen, ne? Ja, kein Wunder. Das ist das Tavern-Sign. Das ist bestimmt das Magic Banner, was er hier unten haben will. Aber das kriegt er nicht, der Sack. Der alte Sack, das kriegt er nicht. Sonst gibt es erstmal Town Portal. Auf Wiedersehen. So, da bringen wir das noch gerade hier zu Octon. Da haben wir nämlich auch das Quest erfüllt und kriegen bestimmt irgendeinen Gegenstand von ihm. Der bestimmt besser ist als alles, was diese komischen Viecherlauten fallen lassen. Oh, wir mussten nicht meine Sack zurückbringen, aber ich glaube, es schafft mich die Kosten, dass ein anderes gemacht wird. Also, lass mich sehen. Was könnte ich dir als Führer, um ihn zu finden? Hm, was haben wir hier? Oh, ja, diese Kappe war in einer der Räume von einem Magistin, der hier ein paar Jahre alt war. Vielleicht ist es vielleicht etwas Wert für dich. Hallo, mein Freund. Bleib ein bisschen und hör'n. Also, die Armor Class, boah, wird um ein Vielfaches verringert, das muss uns bewusst sein. Denn, äh, die 4 Armor unserer Skull Cap werden dann nicht nur auf 0 gesetzt, sondern auch noch um minus 3 ergänzt. Also, eigentlich verlieren wir 7 Armor Punkte. Das ist eine Menge. 13 ist nicht mehr viel. Dafür bekommen wir 1 Damage weniger von den Gegnern grundsätzlich. Das ist nicht schlecht. Wir kriegen 2 auf alle Attribute. Das ist auch schön. Wenn auch nachher nicht mehr sehr unter... Nicht so megamäßig mehr. Hitpoints plus 7 ist nicht viel. Mana plus 7 brauchen wir eh nicht. Pff, ja. Die verkaufe ich, glaube ich. Kann ich die verkaufen? Weil das brauchen wir wirklich nicht. Stich für einen Moment. Ich habe eine Geschichte, die du vielleicht interessiert hast. Du auch noch. Oh, okay. Ein Caravan, der für die oberen Königkeitschaft wurde, passierte hier ein paar Tage vor. Es war schaussendlich ein Stück des Himmels, das auf die Erde folgte. Der Caravan wurde durch die Kloak-Räder, gerade nach links von hier, along the roadway. Ich suchte die Rekorde für dieses Skyrock, aber es wurde nicht mehr gefunden. Wenn du es findest, dann glaube ich, dass ich etwas von dir ausfühlen kann. Oh, das hört sich gut an. Das werden wir tun. Wow, was kann ich für dich tun? Äh, Harlequin-Cast kostet nur 1000. Das ist auch irgendwie ein Kack-Item, finde ich. Also für einen Magier ist das vielleicht gut, aber für uns, pff, brauchen wir nicht. Eggs of the Mind ist auch wurscht. Weg damit, Large Eggs brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir haben eh was Besseres kommt. Lass uns die verkaufen. Repair-Items. Skull-Cap, warte mal, das mache ich jetzt mal noch nicht. Den Butcher-Skriever wieder reparieren. Vielleicht haben wir hier noch ein ordentliches Item. Deadly Blade of the Mind. Och, das ist doch unwichtig, ey. Armour to Vitell... Äh, Armour of Thest, okay. Helm of Radiance, Gann. Och Gott, was sind das für Items, ey? Sort of the Bad. Steals 3% Mana, ja. Das hilft uns ja momentan echt viel gegen die Gegner, die wir haben. Und Boar of Swift, der hat auch nichts ordentliches, ey. Er hat da immer noch Capes, Rex. Was will man denn damit? Der hat nur Schrott im Angebot. Was ist los mit dir, Griswold? Naja. So. Hallo, mein Freund. Bleib ein bisschen und hör'n. Griswold spricht von der Hevenstunde, die für die Enklave, die in der Osten befestigt wurde. Es wurde dort für weiter Studie genommen. Diese Stunde glühlt mit einer Energie, die irgendwie eine Vision, außer dem, die ein normaler Mensch haben können. Ich weiß nicht, welche Geheimnisse es hält, mein Freund. Aber finden diese Stunde würde sicherlich beobachten, das die meisten wertvolle. Also, der Stein sollte eigentlich zur Enklave geliefert werden mit der Karawane. Aber... Der wurde dann ja von getarnten Reitern irgendwie abgegriffen. Und jetzt soll ich den wiederfinden. Das heißt, er wird bestimmt irgendwo im Dungeon rumliegen. Warum auch immer. Wie der da auch immer hingekommen sein mag. Wir wissen es nicht. Und der soll angeblich die Vision verbessern. Also die Sehfähigkeit der Leute. Mal gespannt, was da dran ist. Ich sensere eine Säule in search of answers. Infravision. Scroll of Firewall. Book of Fireboot. Scroll of Infravision. Book of Inferno. Oh, das bringt alles schön gold. Das ist echt gut. Portion of Mana brauchen wir auch nicht. Mehr haben wir auch gar nicht mehr. Cool. Taumportal lassen wir mal drin, die drei. Boah, jetzt haben wir schon über 8000 Gold. Richtig gut. Und dann müssen wir vielleicht die Sachen doch nochmal reparieren hier. Die müssen wir nicht reparieren. Die sind ja eh immer total okay. Wir sollten nochmal die Heilung aufstocken. Und dann können wir denke ich auch mal die Pause beenden. Logik. Wir können die Folge beenden. So rum. Denn ich glaube, wir sind schon wieder über 20 Minuten. Ich mache das gerade alles nur so nach Zeitgefühl, weil ich vergessen habe, natürlich hier den Timer mitlaufen zu lassen. Wie immer eigentlich. Das fällt mir immer dann ein, wenn die Aufnahme läuft. Das ist natürlich schlau. Was ails du, mein Freund? So, Receive Healing. Und uns reichen momentan echt noch die normalen Healing Potions bei unseren Trefferpunkten. Später ist das nicht mehr so, weil man natürlich... Nehmen wir uns mal noch zwei extra. Gut. Ja. Was ails du, mein Freund? Ich weiß nicht, was es ist, die thought they could see with that rock. But I will say this. If rocks are falling from the sky, you would better be careful. Guten Tag. Wie kann ich ein Karavan von sehr wichtigsten Leuten hier stoppen? Aber das war schon ein paar Jahre. Sie hatten strange Akzente und waren auf einer langen Reise, wie ich mich erinnere. Also, ich sehe nicht, wie du hoffen könntest, dass du nichts findest, das sie tragen würden. Ja, die weiß wieder von nichts. Sieht hübsch aus, aber hat nichts in der Bierde sozusagen. Das war jetzt fies, aber naja, so ein bisschen wirkt sie zumindest manchmal. Die hat immer von nichts eine Ahnung, aber naja, weiß nur, dass sie da waren und mehr auch nicht. Gut, wir gehen zurück. Eine Sache möchte ich nämlich noch machen, nämlich gucken, wie dieser komische Kobold reagiert, wenn wir jetzt hingehen und sagen, Edgy Badge, du und dein tolles Schild können uns alle mal am Interteil. Mal gucken, was er dazu sagt. Dann können wir nämlich erst nach Level 5 auch. Das ist dahinter. Und wir können ja bisher nicht da durch. Die Schwiegen machen wir hier weiter. Natürlich greifen uns jetzt alle an. Oh, okay. Gut, ich verpiesel mich. Und er kommt als erstes durch. Ja. Er hat einen Bug da dabei. Wie eigentlich alle dabei haben müssen, weil sie alle so ein Schild tragen, aber gut. Ja, kommt mal her. So, ihr auch bitte. Das sind so Gegner, die sind erst richtig fies, wenn sie einen reingekesselt haben. Das ist bei vielen Gegner hier im ersten Teil so. Aber bei ihnen, ihnen so mehr. Weil die auch immer hin und her laufen. Deswegen schalten wir die hier zu, einer nach dem anderen aus. Boah, schon wieder Level ab. Geil. Schon wieder ein Schild. So, die haben wir auch weg. Sehr gut. So, Gold einsammeln. Gold einsammeln, Gold einsammeln. Hier ist noch ein Small Shield. Level ab. Da können wir jetzt mal auf 50 hochgehen und den Rest auf Vitalität verballern. Sehr guten Buckler haben wir nicht identified. Da müssen wir nochmal hoch. Und das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. So. Das Small Shield nehmen wir auch nicht mit. Dafür gehen wir nach Level 5. Auf Wiedersehen. So. Oh, läuft doch eigentlich ganz gut bis hierhin. Oh, man sieht schon. Hier sieht es ein bisschen... Der Schild der Tod hat mich überrascht. Ja. Gut. Oh. Neue Hiddens. Die kennen wir doch schon. Bonus, dass sie hier jetzt nochmal auftauchen. Die müssen noch im dritten Teil below sein als Gegner. Na gut. Dann sind das halt hier die Level-Gegner oder was. Ach, hier noch einer. Vor allem haben die manchmal extrem wenig Hitpoints. 4 bis 12 ist natürlich extrem low. Gut. So. Ich werde die Folge hier an dieser Stelle nochmal beenden. Oder überhaupt beenden. Und ja. Wünsche euch alles Gute. Und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Wenn es dann heißt, in Level 5. In den Katakomben der Ebenen hier. In Richtung Diablo. Bis dahin. Macht's gut. Und ciao. Bis dahin.